Musik 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 Das ist der St. Paulusdorf in Münsdorf. Manch einer denkt, dies sei ein guter Ort, um Musik zu hören. Offenbar nicht. Rauchen mag dem ein oder anderen schmecken, aber der einzige Rauch, der in den Dom gehört, ist Weihrauch. Heute braucht man keinen Schreibtisch mehr zum Arbeiten, aber die Kirchenbank ist kein guter Ersatz. Augen auf in der Kirche. Besondere Orte erfordern besonderen Respekt. Spiel, Spaß und Sport sind gut und fördern die Gesundheit. Aber die Kirche ist dafür der falsche Ort. Die Kirche ist nämlich ein Ort des Gebetes und der Andacht, weswegen auch störende Spielereien und das Telefonieren mit dem Handy nichts darin zu suchen haben. Hier müssen wir uns fragen, blendet ihn die Herrlichkeit Gottes so sehr, dass eine Sonnenbrille nötig ist? Und auch die Käppi mag vielleicht einen gewissen Coolness-Faktor erzeugen, aber der ist nur außerhalb der Kirchentüren erwünscht. Auch wenn das Essen schmeckt, genießen sollte man es besser im Sonnenschein vor der Tür. Mit dem Verlassen der Kirche stehen einem nun wieder alle Unterhaltungsmöglichkeiten offen, auf die man aus Respekt vor der Heiligkeit des Gotteshauses verzichten musste. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.